Was geht ab, Leute? Wir haben heute noch der Lead Games Team. Willkommen zurück zu Halo 5 Guardians. Finden wir mal die richtige Person. Wo haben wir dich denn? Hier. Mit dir wollen wir reden. Wenn irgendwas aus den Höhlen kommt, dann schreie. Dann nichts mehr. Wir könnten vielleicht helfen. Von wo wurde die Übertragung gesendet? Ist das zu fassen? Das UNSC stürzt sich auf uns, um unser Land zu stehlen? Ich sag Ihnen was. Unsere Leute in Apogee sind zäh. Die werden so schnell keine leichte Beute für euch geiern. Halt, was hat er gesagt? Apogee? Ich glaube, da müssen wir hin. Uns war Schleunigst. Okay, noch ein paar Stationsbewohner wahrscheinlich, die alle ihre Scheiße erzählen müssen. Okay. Ich hörte, dass wir hier angegriffen werden und nahm einen Mongoose zurück. Als ich aufbrach, flog dieses Schiff echt tief in die andere Richtung. Sie haben ein Schiff gesehen? Irgendeine Kennzeichnung? Pech gehabt, UNSC. Nicht mein Problem, wenn eure Kumpels euch nicht verraten, wo sie parken. Ihr solltet wohl eure Ladezonen synchronisieren. Habt ihr das gehört? War wohl wirklich ein UNSC-Schiff. Also wurde Apogee angegriffen und ein UNSC-Schiff flog dahin. Such dein Netzwerk-Terminal. Ich will mehr über Apogee wissen. Ordnance sollte ein geeignetes Netzwerk-Terminal finden. Uns. Das ist doch echt ein Witz. Wir retten denen den Arsch. Und die sind immer noch richtig scheiße zu uns. Unglaublich. Einfach unglaublich. Naja, wir sind sowieso nur hier, um unser Team zu finden. Und dann sind wir so schnell hier weg. Wie nur möglich. Zugriff auf Terminal. Habe ich Ihnen gestattet, hier herum zu schnüffeln? Ihre Leute haben ein UNSC-Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum? Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian-Station steht ein Fracht-Pelican. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Aber hallo. Steigen wir den Pelican ein. Ich finde das lustig, dass dem Governor hier mal der ganze Planet gleich gehört. Der ganze Planet. Da muss man sich mal reinziehen. Und das ist nicht so ein kleines Ding. Planeten sind schon groß. Wahnsinn. Rein in den Pelican. Die müssen wir die Spirks vorgehen. Natürlich. Immer zur Stelle. Heya. Wir haben wohl eine Eskorte. Hätte mich überrascht, wenn nicht. Sloan ist nicht glücklich darüber, das UNSC hier zu haben. Die Dame hat recht. Mein Team ist da, um alles im Auge zu behalten. Wir haben uns richtig umsehen. Nichts Persönliches baden. Keine Sorge, Governor. Sobald wir unsere Ziele haben, sind wir schon wieder weg. Robitianer. Na toll. Überall. Wir können kämpfen, sollten es aber nicht müssen. Das Sturmgewehr wird uns helfen. So. Granate da runter. Freuen wir mal hier richtig auf. Auf, drauf, 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 drauf. Boah. Genau. Aufknacken ist gut. Äh, aufknacken ist schlecht. Wow. Was im Teufel war das? Die Viecher, gegen die wir kämpfen, werden immer dicker. Echt genial. Oh, 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 oh. Oh, da oben wieder. Na, die habe ich richtig genial geworfen. Die haut immer vor der Granate ab. Das ist Wahnsinn. Aber die streut. Die streut. Oh, mehr oder weniger geküsst. Hupser. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Grillen, grillen, grillen. Mehr. Wow. Das Ding, was er in der Hand hat, macht echt einen Megaschaden. Rauche Hilfe. Und da oben ist auch drauf gegangen. Schnell die Waffe schnappen. Ich habe eh nicht mehr viel im Sturmgewehr drin. Schrappnellgeschütz. For the win. Wo ist er? Musste sein, sorry. Irgendjemand muss ein Opfer bringen. Hoffen wir doch mal ganz stark. Die sind bestimmt noch am Leben. Oh, da. Ja, Schrappnell macht hier wirklich alle Ehre. Verdammt. Danke, Spaten. Niemand zu sehen. Niemand zu sehen. Mach'n Munde auf. Oh, durch die Beine geschossen. Verdammt. Keine Munition mehr. Was im Teufel ist das fliegende Teil denn da? Abwechslungsreiche Gegner haben wir wirklich nonstop. Finde ich genial. Oh, keine Munition mehr. Müssen wir halt so vorgehen. Wird halt gegen die dicken Viecher ziemlich schwer. Haben wir denn hier leckeres? Ja, Shotgun. Besser als gar nichts. Munition. Wunderbar. Oh, du hast'n Schild. Mist, wie ich. Du machst'n mir kein Schild. Hat er denn etwa geheilt? Ich dachte, ich hab' das Ding geplättet. Das gibt's doch gar nicht. Schnell weg hier. Boah, bleib stehen. Man darf dir wirklich nicht zu nahe kommen. Ah, die in einen nonstop aus. Dieses Ding muss echt. Brüder, bin ich dabei. Lass' ich zu nahe kommen. Das dachte ich mir. Die verstehen keinen Spaß, die Viecher. Wo ist er? Wo ist er? Kann man nur so viele Schüsse einstecken? Oh mein Gott. Aber wirklich. Der lässt sich gar nichts anmerken, weil zum Teufel ist er denn auf einmal. Oh, ich bin so erledigt. Oh, der hat daneben geschossen. Zum Glück. Nicht im Ausweichen. Okay, der hat gesessen. Zum Glück standen die Pesser da. Oh, ho, ho, ho. Bespannend. Ja, keine Munition mehr. Offen ist er. Erledigt ist er. Toll. Da explodiere ich. Au, 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 au. Zwei Schüsse nur noch. Oh mein Gott. Sämtliche Munition aufgebraucht. Das ist ein Witz, ey. Die stecken was weg. Buck is down und tot. Streugewehr. Kannst du bitte verrecken. Boah. Echt nicht deren Ernst. Kann ich noch was mit ihm machen? Nee, er scheint tot zu sein. Haben wir hier noch... Ist weg. Erlebt wieder. Nerv nicht. Ich glaube, wir sollten mal hier an Bord gehen. Stromgewehr nehmen wir mit. Sniper. Führen wir einen Scan durch. Seht mal. Sieht aus wie eine Karte der Apogee-Station. Sie führt nach unten in den Berg. Ein Weg durch die Tür außerhalb der Minen ist markiert. Governor Sloan. Spartan Rock. Wir brauchen Zugang zu der Mine bei unserer Position. Sie glauben, dieser Soldat, den Sie suchen, ist da unten? Wohl kaum. Ich erbitte höflich um Zugang zu Ihrer Anlage. Governor. Öffne jetzt die Tür für Sie. Achsen Sie da unten auf sich auf. Schon witzig, dass der alles wirklich zulässt. Ziemlich hilfsbereit eigentlich. Aber warum hassen die uns so? Schauen wir mal. Ich habe keine schnell schießenden Waffen dabei. Mal ein bisschen Abwechslung. Na, gut, dass ich auch eine dabei habe. Gut, ich sollte vielleicht das dickere Teil mal nehmen. Uh, ja. Oh! Das war ein netter Headshot. Das ist nicht nett. Ich wurde ausradiert. Das war doppelt geschossen. Ich werde direkt aufgelöst. Ihr bekommt Verstärkung. Bleibt zurück. Da sind Scharfschützen. Die Prometianer haben den Eingang abgeregelt. Boah, bewegt euch nicht. Gut, viel Schuss habe ich mit dem Ding nicht. Dafür ist es aber umso stärker. Au. Er glaubt, er ist getroffen. Hat es nicht gespürt. Gut. Gesessen. Er ist platt. Müssen erst den Sniper ausschalten. Platt. Da oben sind noch mehr. Jawoll. Weiter, 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 weiter. Wo zum Teufel kommen die alle her? Ja, muss ich sagen. Headshot. Nice. Platt ist er. Binärgewehr. Nimm mal mit. Governor Sloan, eine Tür versperrt uns hier den Weg. Ich öffne sie, Spartan. Keine Anzeichen, dass Team Blau in einen Kampf verwickelt war. Sind die irgendwo anders rein? Ich wette, die Prometianer haben sie gar nicht angegriffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn und Realität. Nicht immer dasselbe. Wo er recht hat. Boah, das Ding scheint ziemlich stark zu sein. Yep. Yep, das Ding ist heftig. Boah. Boah, bleibt doch... Verdammt. Ich spüre das teilweise gar nicht, wenn ich die Treffer bekomme. Den hab ich gegrillt. Die Waffe ist echt nicht schlecht, die ist geil. Nämlich Saw jetzt. Wird aufgeräumt. Sehr schön. Ne, eigentlich ist das Ganze wirklich so, 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 so nett. Da kommen noch mehr Prometianer durch die Tore. Ich staun zu voll von den Viechern. Die sehen eigentlich gar nicht so gefährlich aus. Sind sie aber total. Verdammt gut, dass die keine Granaten werfen oder sowas. Guck, wie viele. Ich frag mich immer noch, was ist los mit den Animationen? Die sehen so dermaßen mies aus. Gerade vom Weiten, vom Nahen geht's. Verdammt. Ich werd komplett überraten. Ich hab keine Munition mehr. Irgendwann ist dann auch mal Ende. Oh, ich brauch irgendwas zum Nachfüllen. Irgendwas hier hinten. Das gibt's doch nicht. Hier liegt nichts. Ich hab alles leer geschossen. Ich spiel geizt echt mit Munition. Ach, hier haben wir was. Nimm alles zurück. MP, ja, warum nicht? Sturmgewehr. Alles klar. Fuck die Waffe. Jetzt wird vernichtet. Puh, die Micha, ja. Schön, dass die auch sofort retten kommen. Komm, ich muss ihn retten. Boom. Geh in deine Hörde zurück. Die sehen sehr digital aus, die Fliecher. Können denn da so viele kommen? Echt heftig. Wir müssen uns da echt durchkämpfen. Das hat absolut keinen Sinn. Wenn ich ein Kille, kommt zehn neue. Boah, ich muss selber erst mal klarkommen. Schön mit der MP. Noch mehr? Jetzt sind uns was ihre gesamte Armee auf dem Hals, hä? Wo ist er denn? Lösen wir auf. Dann gehen wir doch. Jetzt mit der Tickenwurme weiter. Oh, nee. Seh die auch noch ankommen. Weiter geht's. Und jetzt mit der Tickenwurme 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 weiter geht's. Vielen Dank.